Hallo Leute, na wie geht's euch? Mein Name ist der Comic und ihr seht ein neues Let's Tutorial Video und diesmal zum YouTube, ja Hintergrund kann man es schon fast nicht mehr nennen, sagen wir YouTube Banner 2013. Der komplette Hintergrund wurde ja entfernt und stattdessen dieses Banner hier oben eingeführt und ich möchte euch heute so ein bisschen vorstellen, wenn ihr denn einen Banner entwerft, beziehungsweise einen Hintergrund, worauf ihr achten solltet. Ihr seht ja zum einen hier, das Banner wird dann auf der linken Seite so ein bisschen durch euren Avatar entdeckt, egal ob ihr einen Avatar habt oder nicht, erscheint dann hier auf jeden Fall was, also braucht ihr schon mal nichts in die linke Ecke nachher hinzusetzen. Aber dazu später nochmal, wir kommen mal zum Kanalbild bearbeiten. So und empfohlene Größe steht hier 2120 mal 1192. Ist empfohlen, aber kleiner dürft ihr es auch nicht machen. Ihr könnt es größer machen, euer Bild, aber nicht kleiner. Ihr könnt es genauso groß machen, was ich eigentlich empfehle, damit man dann sehen kann, wie es genau aussieht dann später. Auf YouTube habt ihr dann den Überblick beim Gestalten. Zum Gestalten benutze ich mal wieder Gimp, was kostenlos downloadbar ist. Den Link gibt es dann nachher wieder in der Beschreibung, wie immer. Ich habe euch da schon mal was vorbereitet. Meine Kanal Hintergründe, hier habe ich schon mal das Testfoto. Und hier könnt ihr auch sehen, warum denn das so groß sein muss, euer Bild. Auf YouTube im Desktop selbst, wenn ihr es im Internet aufruft, erscheint nur diese Größe hier, nur so ein Ausschnitt. Das heißt, die Mitte genau von dem Bild erscheint sozusagen dann. Im TV, was ja auch internetfähig sein kann, wenn ihr einen entsprechenden Fernseher habt, erscheint dann das ganz große. Deswegen diese 2120 mal 1192 Pixel. Und auf dem Mobile-Telefon, beziehungsweise Smartphone oder sonst irgendwas, erscheint es ein klein wenig abgeschnitten. Ihr seht, hier erscheinen fast nur diese zwei Bilder, die sich in der Mitte befinden. Wenn ihr dann ein Foto habt oder ein Bild, was ihr euch erstellt habt, hochgeladen habt, zuschneiden wollt, dann seht ihr hier schon mal, was in der Mitte beim Smartphone erscheinen würde. Also hier in dem Fall nur die und abgeschnitten das hier, so ein klein wenig. Das hier ist dann wieder das ganze komplette Fernsehformat, was erscheint. Könnt ihr auch nicht verrücken, weil es genau die Größe ist von YouTube. Wenn ihr es jetzt größer machen würdet, könntet ihr es auch verrücken. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Und was noch wichtig ist, das hier ist zwar das Smartphone, also es ist zwar der Ausschnitt für das Smartphone, aber wenn ihr links und rechts noch ein bisschen weiter ausdehnt, quasi in dem Sinne, wenn ihr euch das weiterdenkt, dann ist das, was hier noch kommt, nach links und rechts, in der Höhe, genau der gleichen Höhe, die komplette Breite, der YouTube-Hintergrund auf dem Desktop. Das seht ihr ja hier, Search and Simulator und auf der rechten Seite habt ihr dann komplett Little Inferno. Ist auch hier ein bisschen abgeschnitten, genauso wie es hier ist, ist also die komplette Breite. So, gehen wir mal in die Galerie, da könnt ihr das nämlich gleich besser sehen. Wenn ihr jetzt ein Bild habt wie dieses, das seht ihr jetzt hier, das ist höher als das von YouTube empfohlene Format, dann könnt ihr das auch noch ein bisschen hin und her rücken. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Breite habt, könnt ihr es auch noch nach links und rechts verschieben. Hier ist es nur ein ganz klein wenig Breite. Und da könnt ihr natürlich dann den Surfer hier zum Beispiel genau in die Mitte setzen. Und genau in der Mitte wäre natürlich super, weil das dann auch auf dem Smartphone erscheint, wie ihr hier sehen könnt. Und immer dran denken, hier rechts würde dann irgendwo das Avatar-Bild einmal im Handy und einmal hier im Desktop erscheinen. So, das laden wir jetzt aber nicht hoch. Wir gehen jetzt mal ins GIMP und da gucken wir uns das mal genauer an und dann sage ich euch noch ein bisschen was zu den Größen. Ich habe es ungefähr genauso groß gemacht wie hier, dass es in der Mitte erscheint. Und ihr seht, es ist ein ganz klein wenig Verschnitt dabei gewesen. Also hier ist noch ein bisschen was von dem, was hier drüber ist, was eigentlich nicht sein sollte. Ich muss es noch ein bisschen größer ziehen, damit das dann nicht mehr so ist. Aber damit euch das nicht passiert, sage ich einfach, macht es ein klein wenig größer. Und das könnt ihr am besten steuern über die Leinwandgröße. Ihr könnt euch euer Bild entweder gleich direkt von vornherein so einstellen auf diese Größe, die Leinwand. Hier ist es ja perfekt, 2120 x 1192. Oder wenn ihr euch ein Bild importiert, könnt ihr es ja auf der Größe nachher anpassen. Also hier habt ihr dann die Möglichkeit auch bei Bild das Bild zu skalieren auf die entsprechende Größe. Aber lasst bitte das hier drin, dass ihr nicht das Bild quetscht oder zieht, sonst sieht das komisch aus, wenn ihr das nachher hochladet. Das demonstriere ich euch dann auch nochmal. Jetzt geht es eigentlich erstmal darum, woher weiß ich denn, was überhaupt angezeigt wird in der Mitte. Und dazu brauchen wir eine Hilfslinie, die findet man auch bei Bild. Dann hier neue Hilfslinie erstellen. Nicht in Prozent, weil ihr wisst ja nicht, wie viel Prozent das sind. So, neue Hilfslinie erstellen. Wir wollen sie horizontal. Horizontal ist ja so, in der Breite. Und da macht ihr ungefähr 415. Und da seht ihr, habt ihr noch ein bisschen Platz nach oben. Und dann müsst ihr ja noch ungefähr wissen, was dann unten ist. Deswegen geht ihr auch wieder auf Bild Hilfslinie, neue Hilfslinie. Und macht das ungefähr bei 775. Dann habt ihr auch ungefähr ein bisschen nach unten Platz und nach oben. Dann kommt das auf jeden Fall in die Mitte. Genau abschließen wird schwierig, auf jeden Fall. Ich sage immer auf jeden Fall, es tut mir leid. Heute habe ich irgendwie eine Macke. Ja, habt ihr hier hoch und runter noch ein bisschen Platz, damit ihr dann wisst, da ist meine Gestaltung. Die kommt dann hier in der Breite auf YouTube. Und ihr könnt ja dann noch mal schauen. Wo haben wir es denn? Kanalbild bearbeiten. Meine Fotos. Foto zuschneiden. Das Stück vom Search and Simulator ist hier. Und das Stück von Little Inferno ist hier. Da sagen wir mal, eine neue Hilfslinie müsste dann ungefähr, äh, na, wo sind sie denn? Ach, die kann man hier von Rülpen ziehen. Müsste dann ungefähr einmal hier sein. Mal gucken, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe es noch für das Smartphone noch nicht wirklich angepasst. Ist auch nicht so wichtig. Wird zwar immer mehr die Nutzung, aber ist ja auch nicht so tragisch, wenn das nicht ganz hundertprozentig hinhaut. Machen wir mal vertikal. Ja, sagen wir mal 1700. Ja, ist ungefähr so. Also 1700. Und dann haben wir hier nochmal, dann hat man gesagt, ungefähr das Stück vom Search and Simulator wird noch angezeigt. Da haben wir hier 200, 300, 400, ja, so bei 400 Pixeln, 410, 410, sagen wir mal 410 müssten es sein. Äh, Hilfslinie, neue Hilfslinie, 410. Zack, ist ungefähr hier. Also habt ihr jetzt hier den Smartphone-Bereich, hier den kompletten YouTube-Bereich und da könnt ihr genau da die Einstellung reinstellen von dem Bild, was ihr in der Mitte haben wollt. Das könnt ihr ja komplett alles noch verrücken. Also ihr könnt ja das Bild auch skalieren, vergrößern. Ich habe ja hier meine YouTube-Hintergründe eingestellt dafür. Das Ganze habe ich hier verschiedene Ebenen verwendet, die man dann auch verknüpfen kann und so weiter. Man kann das ja dann auch rücken, wo man das hinhaben will. Wenn ich das jetzt hier hinhaben möchte oder die Größe anpassen möchte, dann kann ich das ja jederzeit noch tun. Ansonsten, wenn ihr ein komplettes Bild wie zum Beispiel ein Wallpaper oder sowas habt und das ist nicht ganz die Größe, dann zeige ich euch mal, was ihr da machen könnt. Das Bild habe ich genommen, weil wenn ich mir mal die Leinwandgröße aufrufe, ist das größer und breiter als das, was bei YouTube verwendet wird. Und das könnt ihr aber noch ändern. Ihr müsst immer gucken, was größer ist, die Breite oder die Höhe. Wenn jetzt eure Höhe von der Zahl her breiter ist, dann passt ihr die an. Wenn jetzt die Breite höher ist, dann passt ihr die auf das genaue Format an, weil ja YouTube nichts unterstützt, was kleiner als 2120 mal 1192 ist. Ich zeige euch mal, was ich meine. 2120 passt da auf 1590 an. Also es ist ein bisschen höher als das YouTube-Bild. Hier könnt ihr es auch noch verrücken, wenn ihr auf das Bild geht, damit ihr wisst, was ihr in der Mitte habt, könnt ihr es auch zentrieren, wenn ihr wollt. Aber wenn ich jetzt das Ganze rückgängig mache und einfach nochmal die Höhe anpassen will und lasse das auch alles schön verknüpft miteinander, mache 1192, dann wird die Höhe kleiner als 2120 und dann wird ihr das YouTube wieder nicht nehmen. Also deswegen passt einfach die größere Zahl an, damit das erstmal passt. Ihr könnt es ja zentrieren, wenn das bei euch passt, ansonsten rückt es euch so, wie ihr es haben wollt. Ich zentriere es mal, mache dann Größe ändern. Jetzt habt ihr natürlich das Problem, jetzt ist es zwar genauso breit, aber leider noch höher. Ist jetzt ja nicht schlimm, könnte man dann nachher noch rücken. Was aber, wenn das nicht genau passt und ihr wollt das skalieren, die Leinwandgröße noch anpassen. Das haben wir jetzt gerade gemacht, aber ihr seht ja, das schneidet ja auch ein Stück davon ab. Ist natürlich blöd, wenn man nicht will, dass da so großartig was abgeschnitten wird. Müsste man also quasi erstmal das Bild entsprechend skalieren und nicht die Leinwand, weil die Leinwand zerschneidet euch das Bild. Also 2120 wieder, das lassen wir wieder angepasst. Wir skalieren das auf die Größe. Dann habt ihr auch weder was gequetscht noch gestreckt, weil wenn ihr das quetscht oder streckt, das kann ich euch ja mal demonstrieren. Ihr nehmt dann einfach hier die Verknüpfung raus, macht dann zum Beispiel 1192. Dann bleibt zwar die Breite erhalten, aber die Höhe ändert sich. Und zack, sieht komisch aus. Deswegen auch immer schön die Verknüpfung drin lassen, dass das auch wirklich verbunden bleibt, wenn ihr es anpasst. 2120. Bleibt die Proportionen des Bildes auch komplett erhalten. So, dann könnt ihr das Ganze jetzt, wenn ihr es einmal angepasst habt, könnt ihr das hier jetzt rausnehmen, beim Leinwandgröße festlegen. Und könnt dann hier wirklich die 1192 einstellen. Dann zeigt er euch auch nochmal, wie das aussieht. Und dann könnt ihr natürlich nochmal rücken nach oben und nach unten, wie ihr das haben wollt, wie es euch denn angezeigt wird. Größe ändern. So, und dann habt ihr jetzt genau die Höhe und Breite, wie es YouTube haben will. Und könnt euch dann die entsprechenden Hilfslinien natürlich wieder einziehen in euer Bild. Neue Hilfslinie. Da hat man hier vertikal 410. Dann nochmal die andere Hilfslinie. Da hat man, ich glaube, 1700 gehabt. Neue Hilfslinie. Horizontal. Da hat man gesagt, einmal 415. Und Bild Hilfslinie. Die nächste nochmal. Neue Hilfslinie. Die 775. So. Jetzt wisst ihr auch, genau das, was jetzt hier ist, wird angezeigt. Und das, was hier ist. Hier geht es ein klein wenig drüber. Da könnt ihr euch ja eine normale neue Fläche dann, wenn das wirklich flächig ist, nehmen. Ansonsten, wenn ihr jetzt hier eine Uhr hättet, wäre die ungefähr in der Mitte des Bildes. Nicht ganz. Aber ist ganz gut für einen goldenen Schnitt. Weil man muss ja immer ein bisschen auf den goldenen Schnitt achten. Goldener Schnitt heißt, nicht immer das, was der Blickpunkt sein will, genau in die Mitte setzen. Sondern ein kleines wenig rechts oder ein klein wenig links verrücken. Damit es optisch schöner wirkt für die Leute. Das heißt, wenn ihr denn gerne etwas haben wollt, eine bildhafte Gestaltung, und da soll zum Beispiel eine Figur oder sowas in der Ecke auftauchen, dann macht sie doch hier hin, wo ungefähr das Slender-Bildchen ist. Dann gleicht sich das schön mit dem Avatar aus. Ist ein bisschen von der Mitte verrückt. Wirkt dann optisch schöner. Und ihr habt es auch im Handy-Format mit drin, wenn es dann angezeigt wird. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel euch haben wollt oder nochmal ein kleines anderes Avatar-Bildchen, wie ihr vielleicht habt hier noch eine Comic-Figur oder sowas. Macht es doch rechts hin, dann habt ihr einen schönen optischen Ausgleich. Das hat was mit bildhafter Gestaltung zu tun, möchte ich jetzt aber nicht so viel mit von erzählen. Können wir ja mal irgendwann anders machen, bei einem anderen Tutorial. Ja, dann könnt ihr das natürlich entsprechend anpassen für euch. Habt dann hier die Größe, die es im Fernseher sein wird. Habt hier die Größe, die es auf YouTube sein wird. Und habt hier die Größe, die es dann später sein wird. Und da könnt ihr eure Gestaltung dran ausrichten. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein weißes Blatt wäre, holt ihr euch einfach ein Bild rein. Zieht das dann entsprechend. Das kann man ja dann verschieben, das Bild. Jetzt habe ich die Hilfslinie erwischt. Also hier mit dem Werkzeug verschieben. Kann man auch Hilfslinien anklicken und hoch und runter verschieben, falls das nicht so passt, wie ihr das haben wollt. So, da könnt ihr das jetzt zum Beispiel hier noch ein bisschen einrücken, dass ihr dann sagt, okay, jetzt ist es auch ungefähr mittig. Oder ich möchte das gern hier haben und füge hier noch was an. Je nachdem kann das ja ganz ja auch kacheln, wenn es sich lohnt. Müssen wir mal sehen, ist vom Bild abhängig. Ihr könnt euch ja entweder selber gestalten, jemand, der das kann, gestalten lassen. Oder ihr nehmt einfach ein ganz normales Bild, wie das mit dem Surfer als Hintergrundbild und schneidet vielleicht noch eine Ebene rein mit einer Figur oder sowas, die dann hier steht. Wie zum Beispiel hier die Statue, die wäre jetzt genau rechts zu sehen. Musst du nur schauen, weil hier unten erscheinen dann eure Links. Und links erscheint ja das Avatarbild, also hier links nicht irgendeine Figur hinsetzen, sonst sieht das nachher eh keiner richtig. Darauf müsst ihr eigentlich nur achten. Und wenn ihr das berücksichtigt und nach den Maßen vorgeht, dann gelingt es euch auch, ein wunderschönes Banner zu erstellen, so ungefähr wie ich das erstellt habe. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch das Video gefällt, ihr schreibt es einfach in die Kommentare oder gebt doch dem Ganzen einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr freuen. Und ich grüße natürlich auch all meine Buddies. Die können natürlich auch immer jederzeit gerne ein paar Fragen stellen, die ich beantworte. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Euer O-Comic. Tschüss.